Alles Gute zum zehnjährigen Jubiläum des Kinderpalliativzentrums in Datteln. Eine wirklich einmalige Einrichtung in Deutschland. Sie, die Angehörigen und die Pfleger haben über 21.000 Pflegetage miteinander erlebt. Es ist immer eine Zeit des Abschieds. Trotzdem sind das Einrichtungen, die wir im Kreis brauchen, die wir in Nordrhein-Westfalen brauchen, in Deutschland brauchen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement.